Wir haben eine sehr großzügige für Besucher frei zugängliche Gewächshausanlage, die aus vier Gewächshäusern besteht. Hier im Tropenhaus haben wir tropische Pflanzen aus den Tieflandregenwäldern Amazoniens, Kongo und Mekong-Delta in Asien. Wir haben hier typischerweise Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Die Luftfeuchte sollte nicht unter 70 Prozent absinken. Das ist im Sommer eigentlich überhaupt kein Problem. Im Winter haben wir häufigen Probleme mit der Belichtung, weil einfach die Tageslichtzeiten zu kurz sind und man natürlich so ein großes Gewächshaus nur sehr schwierig künstlich belichten kann. Aber insgesamt haben wir das sehr gut im Griff und wenn Sie das Gewächshaus mal besuchen, sehen Sie auch, dass es wirklich ein echtes Tropenfeeling gibt.